Glaube ich ja nicht. Doch. Nein. Ich glaube schon. Ne? Ich glaube aber schon. Ich glaube aber nicht. Der Stein hat echt was in der Hölle. Der macht schon echt was her. Findest du? Ja, hab mir ja dran. Aha. Ich verbinde ja gerade damit die... Die beiden Wege. Na dann. Warum muss ich eigentlich immer über Lava bauen? Hast du mich jetzt gekriegt? Ach so, schuhe. Weil das halt normal bei dir ist. Ich schreie jetzt gleich schon, wenn ich gleich einfach so ein scheiß Gas schieße. Oh! Geh weg! Mama! Da hab ich irgendwo runtergefallen. Nein! Ich bin einfach nur so schnell wie möglich irgendwo hingesprungen. Ach, da ist noch die nächste Festung, wenn man geradeaus durchgeht. Oh, fett. Warum bist du nicht runtergefallen? Weil ich so schnell wie möglich bauen wollte. Hast du nicht runterfallen können? Ne. Doch. Nein, nein. Doch. Nein, nein. Doch. Es kommt nicht gut, wenn man runterfällt. Hm. Bei dir schon. Nein. Ist nicht lustig. Ist nicht lustig. Doch. Darüber macht man sich nicht lustig. Würde ich schon. Nein. Doch. Nein. Kannst du da nicht einfach mal positiv bleiben? Bei dir? Nein. Warum nicht? Warum? Ich bin echt ein netter Mensch, ne? Oh, jau. Hör doch auf. Hör doch auf zu schreien. Du, ein netter Mensch. Hör doch auf. Hör doch auf. Hör doch nicht auf. Alter, jetzt kriegst du deinen scheiß Ball zurück. Aua. Hier, nimm. Er war wirklich voll in meinem Gesicht. Ja, deswegen kann ich ihn nicht fassen. Äh, ja. Das müsste die Höhe 60 sein, ja. Höhe 60 und 100, dann passt das. Und doch sterben. Was, du willst sterben? Ich will nicht. Dann würde ich der Kraft da halt runterschießen. Oder nicht? Höhe 60 und 100. Auf Gas. Ach, du dahinten auch noch. Pissing ab, pissing ab. Ich habe schießen. Wie viel braucht man denn? Na, ich muss oben obsidieren. 14 braucht man denn, ne? Äh. Ja. Ich glaube schon. Einfach komplett was machen wollte ich hier. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie den überhaupt haben. Wird denn irgendwo was hergestellt? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich auch nicht. Ich weiß von nichts. Ich auch nicht. Hör doch auf. Ah, mich würde ja dann interessieren, wo man da rauskommt. Ah, hier sind jetzt schon mittlerweile zwei von den Mistviechern. Ja, ciao. Das ist nicht geil, was hier veranstaltet. Gesundheit. Was veranstaltet? Ich habe doch einen Pfeil im Bogen. Wo nutze ich das eigentlich nicht? Keine Ahnung. Wo du dem nicht bist? Vielleicht deswegen? Und gestorben. Ach, ich dachte eben, du wirst gestorben. Mhm. Das würde man ja sehen. Was denn? Warum willst du, dass ich sterbe? Warum? Das ist keine geile Antwort. Ja? Ich bin echt ein netter Mensch. Ja, bin ich. Man glaubt das kaum. Ich bin ein netter Mensch. Ich bin ein netter Mensch. Ich bin ein netter Mensch. Ja, ich. Weißt du? Hörst du mal die Aufnahme des Spielscheißprogramms? Bei mir hängt da nicht das Bild die ganze Zeit. Das hängt, das Licht ich an dem Bild. Das Licht an dir. Hey, hey, hey. Block für Block. Arbeiten wir uns vor. Oh, wenn ich schon da unten die ganz viel Lava sehe, dann kriege ich jetzt schon Aids. Ja. Du bist ja auch Aids. Perfekt. Perfekt. Jetzt machen wir den Weg noch zwei breit. Immer schön bauen, bauen, bauen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja super, ich glaube, mit ganzem Gefecht habe ich da wieder kaputte Aufnahme zwischen. Why? Hast du vorher nicht gemerkt oder so? Ne, ich habe gerade nur gesehen, dass es gestoppt hat. Ich weiß aber nicht, wie viel ein es ist, ne? Doch. 41 Minuten. What? Ich habe ja zwischendurch beendet gehabt, deswegen. Ach so. Dennoch viel. Ja. What the fuck? Immer so ein Glück dabei, ne? Bist auch ein Glückskind. Mhm. 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 Ja, der Weg ist jetzt geil. So darf das ruhig sein und sieht es perfekt aus. Na, wie soll ich gleich, glaube ich, sieht ja, nur guck mal, wo man damit rauskommt. Meintest du eigentlich die, das, äh, die Festung, die wir uns direkt, der, also direkt, da ist, da sind die Blazes, oder? Die andere. Ja, irgendwo da. Aber wir haben ja noch eine zweite in der Nähe direkt. Mhm. Das ist ganz gut. Ah, so kann ich jetzt ausmachen, F3. Hm, wie mache ich das denn im Schlaus? Mach ich das so. Okay. immer noch welche das macht aber nix alle kommen nicht irgendwo ganz gut hin wir machen das schon wir machen das schon wie die merkel das gesagt hat ja auch wir schaffen das der blaze born hat sich kurz in der nähe ich glaube dass das ein wie das skelett ist ja ist es das ist kaputt was du gerade ich werde das windermplans wieder richtig hin machen was schon mal wieder dahin gebotet weiß ich bin auch so ein riskanter menschen nehmen auch noch mal eine 3d ist mit ne ohne freundlich zack zu machen ich kann wieder sowas vornehmen und danach zu sagen ob es hat umgebracht so wie ein anfang er hat immer viele die erst dabei ist ja auch behindert so meine aufnahme läuft jetzt auch wieder wo der herz geschafft zwei stunden wir beide so am knuspern zwei stunden zwei stunden von wo 41 minuten bei mir wohl im arsch ist warum ziehst du die auch nicht raus du musst sie rausziehen aus dem arsch warte mal ich könnte doch eigentlich hier das obsidian mitnehmen und das fürs hollenportal nehmen und hier das hollenportal gießen wieder oder egal ich nehme einfach komm scheiß drauf ich geh jetzt ich nehme wasser mit wasser 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 jetzt mach da gleich nochmal durch dann gehts so tschüss tschüss ja ich habe irgendwie einen komischen kabel in der blöcke aufgesammelt den will ich nicht wo liegt sie ausmache ich habe ja diese blöcke auch noch zick zick So, wo hatte ich Love, 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 Love... Warte hier, dummisch. Wurd Atas war der andere Weg. Stimmt. Hier unten. hier ist es hier ist lava oder blubberts noch mehr da blubbert die lava bei mir im po glaube ich ja dass wir mal lavendemarsch da war schön warm eine straffene creme bestimmt eine straffene creme 2 das kann lange dauern